Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Community hier zu einem weiteren Tutorial mit mir, dem Chrisy Schneezy. Und eigentlich ist es ja kein neues Tutorial, sondern es ist ein altes Tutorial, aber ich bekam zu diesem Thema immer wieder Fragen gestellt. Und wir werden das jetzt mal Stück für Stück aufarbeiten, damit ihr keine Fragen mehr habt. Und zwar geht es um die sogenannte Elmoo-Furnace. Ja, also wir haben darüber einen Livestream gemacht, wie wir es ausprobiert haben zu bauen. Ich habe noch ein kleines Video gemacht, wie man die Elmoo-Furnace, wie sie funktioniert. Aber die meisten User scheitern tatsächlich daran, die Elmoo-Furnace aufzubauen, weil sie bestimmte Schritte nicht machen, weil sie bestimmte Sachen nicht wissen, weil sie bestimmte Reihenfolgen nicht einhalten. Und das wollen wir jetzt hier mit diesem Video mal beheben. Das bedeutet, wir werden jetzt Schritt für Schritt eine Elmoo-Furnace aufbauen und ihr könnt dann genau gucken, worum es geht. Ich werde es auch langsam machen, also auch viel erklären, dass ihr wirklich wisst, wann ihr welche Sachen wohin bauen müsst und an welche Schraube was dran muss und warum das alles so komisch beschriftet ist, werden wir auch besprechen. Also es sollten nach diesem Video keine Fragen mehr offen sein, wie man eine Elmoo-Furnace baut. So, also als allererstes habe ich hier mal ein kleines Feld aufgebaut. Das wird unsere Wand werden, wo unsere IC-10-Chips dran sein werden. Das ist unser Computer zum Programmieren. Als Stromversorgung habe ich mir jetzt hier im Creative-Modus mal diese RTGs benutzt, gebaut. Das sind halt quasi Stromgeneratoren, sodass wir halt hier keine Probleme kriegen mit dem Strom. Hier hinten habe ich schon mal zwei Tanks vorbereitet. Das geht im Creative-Modus ja ziemlich cool. Hier haben wir halt 12 Megapaskal Sauerstoff drin. Hier haben wir 16 Megapaskal H2 drin. Beide bei 20 Grad. Und das ist auch wieder so ein Thema. Temperaturen. Also bei vielen Leuten funktioniert die Elmoo-Furnace aus ganz einfachen Gründen nicht. Unter anderem, weil diese Gase hier zu kalt sind. Ja, also viele Leute holen sich den Sauerstoff auf Europa aus der Atmosphäre. Und dann hat der minus 140 Grad. Und das kann sein, dass das damit nicht funktioniert. Beim Sauerstoff ist es nicht so wild. Der kann eigentlich kalt sein, denn der wird ja geheizt. Aber beim Wasserstoff ist es wichtig, dass ihr da Temperaturen benutzt, die etwas höher sind. Ja, also über 0 Grad wäre gut. Und das ist auch die Frage, die dann immer wieder kommt. Warum ist das so? Nun, dieses Heizsystem, was nachher den Sauerstoff heizen wird, funktioniert ja so, dass der Sauerstoff um den Raum, um die Furnace geleitet wird. Und die Furnace ist ja außenrum heiß. Und dementsprechend kann man diese Wärme nehmen, um den Sauerstoff dann zu heizen. Und um ein zündfähiges Gemisch zu haben, in diesem Zündsystem hier, das zeigen wir gleich, muss natürlich die Zündtemperatur erreicht sein. Das heißt, der Sauerstoff muss eine bestimmte Temperatur haben mit dem Wasserstoff zusammen. Ja, also diese beiden Temperaturen, die addieren sich dann. Also hier sagen wir mal plus 300 Grad und hier minus 20 Grad. Dann addieren die sich und dann muss es eine minimale Zündtemperatur geben, damit das Ganze sich von selbst entzündet. Und das geht natürlich besonders gut dann, wenn der Wasserstoff auch nicht allzu kalt ist. Ja, also er muss nicht 20 Grad haben. Er kann, glaube ich, auch bei 0 Grad oder ein bisschen was über 0 Grad funktioniert das Ganze auch. Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Wenn ihr sagt, das geht auch bei minus 10 Grad, dann geht es auch bei minus 10 Grad. Aber wie gesagt, ganz oft haben die Leute einfach viel zu kalten Wasserstoff und deswegen funktioniert das Ganze meistens nicht. Das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist, sich erstmal ein Layout zu überlegen. Also wie wollen wir das Ganze aufbauen? Ich persönlich baue das immer gerne auf nach dem System, wie wir es auch im Let's Play gemacht haben und auch wie Elmo es gezeigt hat. Ich kopiere mir mal hier schnell einen Tank, ist ja, wie sagt man, Creative Modus und da haben wir schon unseren ersten Tank. Und ich baue mir als allererstes immer erstmal die Tanks auf, damit ich ungefähr weiß, wo ich hin muss. Also ich würde sagen, wir machen hier mal drei Tanks. Diese drei Tanks sind ja, denke ich mal, auch bekannt. Das ist dann in dem Fall der Heat Tank. Den können wir mal schnell pinseln. Wie gesagt, da machen wir das heute alles schön langsam. Und dementsprechend werden wir jetzt mal hier ein Farbspray quasi hier rein tun. Ich müsste hier eigentlich noch Farbsprays haben. Achso, das sind noch die beiden. Ja gut, okay. Habe ich hier hinten noch irgendwo? Ist ja mein Müllmaß hier. Nein, haben wir nicht. Okay, dann suchen wir uns noch ein neues Spray aus. Und zwar nehmen wir mal schwarz. Und das wird dann unser Waste Gas Tank. Und wir machen natürlich auch noch ein weiteres Spray. Und zwar mache ich das immer blau. Das ist in dem Fall nicht Wasser, sondern unser Coolant Tank. Also wir können ja mal gucken, dass wir das hier ein bisschen aufheben. Dann können wir das nachher alles ein bisschen painten. So, also das ist erstmal mein Layout. Und die Furnace wird dann irgendwo hier stehen. Das heißt, schön Richtung Waste Gas Tank. Da richte ich meine Furnace immer aus. Lasst euch hier ein bisschen Platz. Ja, also ich denke mal hier könnt ihr das schon bauen. Dann erreicht ihr die ganzen Leitungen auch. Hier wäre doof. Ja, weil wir müssen hier nachher noch ein paar Sachen anbauen. Dementsprechend ist es besser, wenn ihr vielleicht ein oder zwei Blöcke vom Tank weg bleibt. Dann habt ihr hier ein bisschen Platz, um noch Rohre zu verlegen. Also ich mache das immer so, dass ich, wie gesagt, eins, zwei, drei. Hier im dritten, da wird die Furnace dann stehen. Um jetzt schon mal die grundlegende Position der Furnace festzulegen, nehme ich immer ein Kit Wall, nennt sich das. Und da haben wir ja ein Fenster. Und diese Fenster, die nutze ich halt immer, um mir schon mal den Punkt festzulegen, wo ich denn hin will mit der ganzen Furnace. Ich drehe das Ganze aber so, so, ja, müssen wir nochmal gucken, na, muss ich kurz gucken, wie rum das ist, wo außen und wo innen ist, ich weiß es immer nicht, das ist lustig, ich weiß es immer nicht. Wir stellen es mal hin und gucken mal, ah ja, so war richtig, okay. Also so, Scheibe nach außen, können wir auch schon fertig machen, da wird unsere Furnace dann später stehen. Ja, das können wir schon mal festlegen, das ist gut. So, als nächstes brauchen wir die Furnace ja. Ja, das heißt, in dem Fall habe ich jetzt hier eine Advanced Furnace, ist ja logischerweise, klar, es geht ja um die Advanced Furnace. Und die bauen wir jetzt so rum ein, dass die Frontseite durch die Scheibe durchguckt. Ja, also nicht so aufbauen, das würde nicht funktionieren, sondern die muss aus der Scheibe ein bisschen rausgucken. So, ja, das ist unsere Furnace, die bauen wir jetzt auch mal auf. Wie gesagt, ihr würdet die jetzt normalerweise halt mit den Teilen, die die Furnace benötigt, aufbauen, aber ich mache es natürlich so, dass ich die jetzt hier im Creative baue. So, damit ist die Furnace schon mal da, wo sie hin muss. Sie muss ein bisschen aus der Scheibe rausgucken, sonst funktioniert das Ganze nicht. So, jetzt können wir hier uns nochmal ein paar Fenster klauen und können hier schon mal an der Seite den ganzen Laden zumachen. Ähm, ich glaube, so rum ist es nicht richtig, die Scheibe. Ich glaube, so, genau, mit den, mit den Dings nach außen, mit den Schrauben nach außen, so ist das richtig. So, die können wir auch schon zumachen und die auch schon. So, und obendrauf werden wir ja nachher noch zwei Active Vents bauen und um diese Active Vents zu befestigen, müssen wir die Scheibe oben umdrehen. Das heißt, die Scheibe oben wird nicht mit den Schrauben nach außen sein, sondern die muss mit den Schrauben nach innen sein. Ähm, und in dem Fall müsste das dann, um jetzt nicht lügen zu müssen, müsste das so sein. Genau, so, die können wir auch schon fertig schweißen, ja. Ja, so, da haben wir also die Scheibe da schon mal drin. Das heißt, die hintere Scheibe, die lassen wir jetzt noch offen, weil da werden wir gleich noch ein bisschen was bauen und dementsprechend, ähm, können wir das schon mal so machen. Wir können eigentlich diese Scheibe hier nochmal aufmachen, so, weil hier werden wir nachher auch nochmal ran müssen. Also, macht es so, ja, also oben auf der Decke verkehrt rum mit dem Rahmen nach innen und die anderen Rahmen nach außen, ja. Ja, diesen Raum benötigen wir um die Furnace herum, um den Sauerstoff hier hinten zu heizen. Ja, das ist ja der Grund, warum die Furnace dann in so einem Kasten drin ist. Ihr müsst keine Scheiben nehmen, ihr könnt das auch anders machen, aber ich mache es halt gern mit Scheiben. So, ähm, dann müssen wir uns eine Position überlegen, wo wir unser, unser, ähm, unsere IC10s hin tun. Ähm, ich muss nur kurz gucken, wie das Ding heißt. Genau, ItemKit Logic Circuit, das sind ja diese IC10 Halter, die kennt ihr ja. Und da benötigen wir fünf Stück, ja. Ja, also eins, zwei, drei, ähm, vier, fünf. Und was wir auch noch brauchen, sind, äh, drei Logic Memory Kits. Die machen wir, huch, das war verkehrt. Nochmal. Äh, Logic Memory Kit. Ach, hatte ich doch ausgewählt, aber ich hatte die falsche Taste drückt, genau. Die kommen dann jetzt quasi hier daneben. So, und während wir hier jetzt an diesem System sitzen und hier die Sachen platzieren, können wir auch schon die Sachen beschriften, ja. Ja, also wichtig ist, dass wir, ähm, jetzt schon, äh, uns durchfinden und auch schon bestimmte Sachen machen, damit wir sie nicht vergessen später. Denn das ist auch ein Grund, warum die Firnis nicht funktioniert. Unter anderem hat das was damit zu tun mit diesen, äh, Logic Memories, ja. Ja, dass die Leute immer vergessen, äh, da Werte einzutragen und dann läuft die Firnis auch nicht, ja. Also das heißt, wir werden den jetzt mal beschriften. Das ist, äh, Logic Memory Pressure. Ich mach das auch extra in Englisch, weil dann könnt ihr euch auch nochmal das Video vom Elmo angucken. Ähm, und ihr findet nachher auch die Sachen an den Schrauben besser, ja. Ja, deswegen macht es so, LM Pressure, Logic Memory Pressure, Logic Memory, also logischer Speicher für den Druck, ja. Logic Memory Pressure. Huch, Kippe umgeschmissen, alles klar. So, und als nächstes ist, wird das hier der Logic Memory Temp für die Temperatur. Und der hier, der heißt später LM Order. Order ist eine, eine, ja, ein Wunsch, eine Stellung sozusagen. Und da könnt ihr die Firnis dann später auch von extern steuern, indem ihr zum Beispiel sagt, ähm, dass wenn ich Stahl möchte, dann schreibt ihr hier in diesen Logic Memory Order einfach die, ähm, Hasch ID von Stahl rein. Und dann wird die Firnis sich darauf einstellen und das Ganze dann auch schmelzen, entsprechend, wenn sie Material hat. Ist ja klar. So, jetzt haben wir die beschriftet, jetzt müssen wir aber auch noch Werte eintragen. Und das ist das, warum viel, viel, warum es bei vielen Leuten nicht funktioniert, weil sie das nämlich vergessen. Also bei Pressure stellen wir 10 Megapaskal ein, 10.000. Bei Temperature, also hier auf die Schraube halten mit dem Beschubstungsgerät, ne. Bei Temperature schreiben wir rein 1000 Kelvin. Und bei LM Order, da suchen wir uns jetzt mal mit F1, suchen wir uns jetzt hier mal Stahl raus zum Beispiel. Und da müsst ihr aufpassen, ihr müsst Steel Ingot nehmen, also den Barren. Und hier, wenn ihr hier seht, ihr die Prefib-Hash und da macht ihr einfach einen mittleren Mausklick drauf, dann steht da Copy to Clipboard. Das heißt, es ist zum, ähm, zur Zwischenablage kopiert. Und wir halten auf die Schraube drauf und drücken Steuerung und V. Und damit haben wir den, ähm, die Hasch ID von Stahl jetzt hier beim LM Order eingetragen. Das ist wichtig, das müsst ihr auch eintragen, weil sonst, ähm, funktioniert das Ganze nicht und ihr könnt dann, ähm, die Dings nicht starten, die Furnace, ja. Also aufpassen, dass wir das machen. So, diese 5 IC10-Chips benötigt ihr. Wir werden hier unten jetzt mal mit dem anfangen, den beschriften wir gleich mal. Wir nennen den jetzt mal Oxygen Controller. Ja, das ist der Oxygen Controller oder Oxygen Heater oder wie auch immer ihr das nennen wollt, beschriftet es so, dass ihr es wiederfindet, ja. So. Und der Oxygen Controller, das wird der sein, der dann halt den Sauerstoff aufheizt und entsprechend, äh, dafür sorgt, dass wir diesen dann, äh, benutzen können, um, ähm, heißes Gas zu erzeugen. So, was jetzt gerade noch aufgefallen ist, wir brauchen noch einen Tank. Den habe ich nämlich vergessen. Das ist dann hier der Hot Oxygen Tank, ja. Ja, das ist der, den ihr benötigt. Und den packen wir da hin. Und da das ja Oxygen ist, machen wir den auch grau. Ja, bei mir ist das immer grau. Oxygen, Sauerstoff ist immer grau. Also, ihr habt eure beiden Tanks, wo eure beiden Gase herkommen, Sauerstoff und Wasserstoff. Ihr habt euren Hot Oxygen Tank, ihr habt euren Heat Tank, also einen Hitzetank, ihr habt euren Waste Tank, euren Abgastank und ihr habt euren Coolant Tank. Der Coolant heißt Kühlmittel, ja. Auch das fangen wir sofort an zu beschriften. Und zwar wird das hier der Tank, huch, Hot Oxygen, also heißer Sauerstoff. Das hier wird der Tank Heat für Hitze. So, das ist der Tank, na, wer weiß es schon, Paced, genau, Abgas. Und das wird der Tank Coolant, also Kühlmittel, ja. So, und jetzt haben wir schon mal einen grundlegenden Aufbau fertig. Was wir jetzt noch machen, sind dann die ersten Kabel vorliegen und dann schauen wir weiter. Ich mache jetzt mal ganz kurz eine Aufnahmepause, denn ich muss mal kurz was machen. Für euch geht es gleich weiter. Bis gleich. So, nicht erschrecken, Chrissy Schneezy ist wieder da. So, also wir haben jetzt im Prinzip alles schon mal grob vorgebaut. Wir haben alles grob aufgeschriftet. Wie gesagt, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall auch noch ein IC10 reintun. Wir werden jetzt gleich mal die ganzen fünf IC10s jetzt hier zur Verfügung stellen. Das sind ja insgesamt fünf Stück. Damit wir die jetzt nicht noch alle irgendwie dann nachher rausholen müssen, werden wir die gleich mal hier reinschmeißen. Wir werden die auch noch beschriften, also die IC10-Gehäuse werden wir nachher noch beschriften, ist ja klar. Und dementsprechend haben wir die jetzt auch schon vorbereitet. Das ist soweit gut. Jetzt müssen wir uns um Strom kümmern. Und ich gehe davon aus, dass wir das jetzt hier einfach schon mal so machen. Im Creative-Modus ist das ja alles kein Problem. Da kann man ja einfach hier so ein paar schöne Strippen ziehen, ohne dass man sich hier einen Kopf machen muss. Und ihr müsst die natürlich dann bauen, ist ja klar, aber ist auch kein Problem. Ich mache jetzt dicke Kabel. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit dünnen Kabeln machen. Es müssen keine dicken Kabel sein. Es gehen auch dünne. Wichtig ist nur zu wissen, dass wenn ihr später das Ganze in eure Basis integriert, vergesst bitte nicht, dass die Volumenpumpen durchaus ein bisschen Power ziehen. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss natürlich auch, dass hier auch einiges passieren kann mit den Trafos und sowas alles. Also ihr müsst dann schon ein bisschen aufpassen, dass er das Ganze auch nicht überstrapaziert, sage ich mal. Also, dass ihr dafür sorgt, dass genug Strom sozusagen da ist, damit das Ganze auch läuft. Also, wie gesagt, Volumenpumpen können durchaus mal gut Strom ziehen. Und deswegen solltet ihr da auch darauf achten, dass ihr da genug dicke Leitungen habt und dass ihr auch genug Trafo-Power habt, wenn ihr sagt, ich lasse das Ganze über den Trafo laufen. So, jetzt haben wir das Ganze verbunden. Die Memories brauchen oben keinen Anschluss, da reicht der untere. Hier müssen wir natürlich alles verbinden. Ist ja klar, wir müssen ja Strom und Datenleitungen miteinander vertüddeln. So, was wir in dem... Hydration critical, das ist wieder total lustig. Hydration critical, sehr schön. So, ich weiß nicht, ob da Wasser drin ist, aber da wird wahrscheinlich kein Wasser drin sein. Okay, das heißt, wir... Oh, wir haben auch keine Wasserflasche an Bord. Das ist natürlich total schlau wieder gerade. Ah ja, okay. Hatten wir nicht auf unserer wunderschönen Basis hier einen Wassertank hingebaut? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob wir hier vorne irgendwo eine Wassernachfüllstation gebaut haben. Ich meinte, dem wäre so. Aber hier sehe ich gerade... Ja, hier haben wir doch Wasser. Guck mal. Ach, da wäre Wasser drin gewesen. Naja, egal. Hat sich erledigt. Machen wir jetzt so. Schmeißen wir weg. Ist ja unser Planet. Können wir machen, was wir wollen. Ja, so. Sorry für die Verzögerung, aber manchmal ist das eben so. Bei mir wird nichts vorbereitet. Das wird einfach just in time gebastelt. So, jetzt müssen wir natürlich die ganzen Sachen hier erstmal vorbauen. Und da würde ich euch raten, einfach mal ein bisschen zu überlegen, wie ihr das Ganze dann bei euch anbauen wollt. Der Chip, der den Oxygen dann aufheizt, hat verschiedene Möglichkeiten. Also er kann, sagen wir mal, die Daten, die er benötigt, entweder von einem Tank holen oder von einem Messgerät. Ja, von einem Pipe Analyzer. Ich persönlich bin ein Freund von Pipe Analyzern. Deswegen werden wir das Ganze jetzt mit einem Pipe Analyzer machen. Und hier ist dann auf jeden Fall wichtig, dass wir zuerst einmal den Sauerstoff hier vorbereiten. Das heißt, der Sauerstoff muss erstmal gepumpt werden in diesen Hot Oxygen Tank und dann aufgeheizt werden. Das ist nämlich Schritt 1 von der ganzen Geschichte. Und dazu benötigen wir eine Volumenpumpe. Und diese Volumenpumpe bauen wir hier natürlich in die Fließrichtung sozusagen ein. Stellen die aber mal runter, dass die zu ist, weil das wird nachher automatisch gesteuert. Und dann werden wir diesen Sauerstoff quasi hier an unsere Furness führen. Ich lege mir jetzt hier mal schon mal ein Rohr hin, damit ich ungefähr weiß, wo ich dran rauskomme. Und das Ganze können wir dann jetzt hier wunderbar dorthin führen. Ja, das war schon einer zu weit, aber ist egal. Das wird unser... Ne, hat gepasst. Super. Das wird unser Hot Oxygen. Und den müssen wir jetzt natürlich in die Furness reinführen. Und das machen wir genau so, wie der Elmo das gemacht hat. Wir führen das einfach hier so mit einem Rohr in die Furness hinein. Und hier an der Furness nehmen wir ein T-Stück. Und zwar so. Und damit haben wir die jetzt quasi innen drin, das Rohr. Also liegt zwar noch oben drauf, aber es wird gleich sehen. Es wird funktionieren. Und jetzt brauchen wir die Active Vents. Das sind die zwei Stück. Die nennen wir Active Vents 1, Active Vents 2. Die packen wir jetzt einfach da rein. Und die Active Vents, die brauchen natürlich auch Strom. Und diesen Strom werden wir auch gleich da hinlegen, damit wir überhaupt nicht vergessen, die anzuschließen. Weil auch das ist ein Problem. Viele Leute vergessen das Ganze und dann funktioniert das auch nicht. Ist mir auch schon selbst passiert. Ja, also nicht wundern. Manchmal ist das eben so. So. Machen wir hier ein Jetpack. Dann können wir das Ganze ein bisschen besser sehen. So. Und jetzt machen wir natürlich hier noch die beiden Active Vents mit Strom. Oder wir versorgen sie mit Strom. So. Damit haben die Strom. Und wir haben dann keine Probleme, die dann jetzt gleich in Betrieb zu nehmen. Was natürlich auch Strom braucht, ist hier die Volumenpumpe. Die braucht natürlich auch Strom. Ist ja klar. Das heißt, wir wollen ja den Oxygen Heaten, also heizen. Dementsprechend müssen wir jetzt hier erstmal Strom hinlegen, dass auch diese Pumpe vom System angesteuert werden kann. Auch das wird oft vergessen. Deswegen einfach mal die gleich mit Strom versorgen. Also hier haben wir unseren Sauerstofftank, wo unser Sauerstoff drin ist. Das Ganze geht über eine Volumenpumpe zu einem T-Stück und in den Hot Oxygen Tank. Und der geht natürlich dann hier hoch zu den beiden Active Fans. Was wir hier jetzt auch noch brauchen ist, der Hot Oxygen Tank muss mit ans Netzwerk. Das heißt, wir müssen ihn auch erreichen können. Also über das Kabel gehen die Informationen des Hot Oxygen Tanks dann auch hier zur Steuerung. Ja. Das ist halt wichtig. Und was wir auf jeden Fall auch noch machen können, wir können, wenn wir schon mal hier hinten sind an der Furnace, um sie nachher nicht nochmal aufmachen zu müssen, können wir hier hinten auch schon gleich anfangen, die Sachen zu bauen. Und die wir benötigen. Zum einen benötigen wir ein Rohrende. Das kopiere ich mir mal hier schnell. Ein Rohrende, was ein Kreuz hat. Also ein Kreuz, eine Kreuzform. Sehen wir ja hier diese Form. Die müssen wir, brauchen wir. Die kommt hier unten dran. Das ist da, wo nachher unsere ganzen Pumpen dran sind. Hier oben können wir ein gerades Ende dran machen. Ja. Und dann können wir hier noch ein gerades Ende machen. Und wir können hier einen Bogen nach unten dran machen. Obwohl, das können wir erstmal noch lassen. Was wir jetzt machen können, ist, wir können jetzt hier auch schon die Volumenpumpen anbauen. Das bedeutet, ich kopiere mir hier mal die Volumenpumpe. Und diese Volumenpumpen werden wir später benötigen. Ja. Und die können wir jetzt schon anbauen. Das hier wird die Heißgaspumpe, also die das Heißgas reinführt. Dementsprechend müssen wir natürlich die auch so hin machen, dass die Stromleitung unten ist. Gucken wir mal. Stromleitung unten und die Pfeile zeigen verkehrt rum. So rum ist richtig. Ja. Das heißt, die Pfeile zeigen rein in den Ofen, also in das Rohr. Und der Stromanschluss ist unten. Genau. Ja. Sehen wir auch den Pfeil so rum. Dann haben wir hier die Vasegaspumpe. Die Vasegaspumpe. Da ist natürlich immer die Frage, wie rum muss die Vasegaspumpe? Ja. Die muss genau so rum. Das heißt, die muss rein zeigen in den Ofen. Ja. Weil darüber werden wir das Vasegas in den Ofen reinpumpen. Und auch hier beim Kühlen, also beim Kuhland, sehen wir auch wieder, müssen die auch rein zeigen. Ja. Das ist wichtig, dass ihr die schon mal so anbaut. Das heißt, die Heißgaspumpe zeigt rein mit Strom nach unten. Die Vasegaspumpe zeigt rein mit Strom nach unten. Und die Kühlpumpe zeigt auch nach unten mit dem Stromanschluss und Pfeil da rein. Ja. Das ist wichtig. So. Dann machen wir hier hinten mal das Rohr fertig. Das heißt, wir machen hier ein T-Stück dran. Und das Ganze führen wir dann zum Heißgastank. Das können wir schon machen. Dann ist das schon dran. Wichtig auch hier wieder, alle Pumpen auf Null. Ja. Wir wollen nicht, dass die Pumpen irgendwas machen, was sie nicht machen sollen. Das System wird die Pumpen nachher später ansteuern. Wir stellen sie halt vorsichtshalber erstmal auf Null. Ja. Was wir hier natürlich dann auch gleich machen können, wenn wir schon mal hier drin sind und hier uns hier dran rumspielen sozusagen, können wir hier schon mal das Rohr nach unten legen und auch hier das Rohr nach außen. Ja. Das ist also unser Kühlrohr. Auch dieses können wir dann schon an den Kühltank anschließen. Ja. Können wir hier also schon mal easy peasy, sagt der Chrissy ja immer, können wir das schon mal hier dran tun. Ich werde das nachher noch anmalen, aber das ist kein Problem. Also das Kühlgasrohr geht hier lang, geht hier rein, geht über diese Pumpe dort zu diesem Kreuz. Die Weißgaspumpe haben wir schon angeschlossen. Jetzt brauchen wir noch den Heat. Also die Heatpumpe, die können wir auch schon anschließen. Da können wir einfach hier auch runter gehen mit dem Rohr. Wir gucken mal, wo unser Heißgastank ist. Der ist hier. Okay. Da werden wir hier eine freilassen zwischendurch und dann geht es von hier aus natürlich zur Heißgaspumpe. Ja. So. Das heißt, hier lassen wir einen frei. Hier muss nachher nämlich noch was zwischen. Deswegen lassen wir das mal so, wie es ist. Ja. Heißgastank. Auch gut. Können die Rohre natürlich noch anmalen, ist ja klar. Aber so ist ungefähr das, was wir benötigen. Als nächstes brauchen wir natürlich auch Strom für die Geräte. Das heißt, unsere Pumpen und Co. Die wollen natürlich alle auch mit Strom versorgt werden. Das heißt, wir werden jetzt hier. Mal eine Stromverbindung schaffen, damit unsere Pumpen dann später auch funktionieren. Und das machen wir eigentlich immer ganz easy mit so ein paar Bögen und sowas alles. Und dann ziehen wir die einfach hier rüber und die Sache ist geritzt. Ja. Das heißt, unsere Pumpen sind dann auch entsprechend am Strom. Jetzt ist auch noch wichtig, wir müssen die Pumpen beschriften, damit wir sie nachher wiederfinden im Programm. Auch das ist gar nicht so schwierig. Ich habe da immer so eine spezielle Art, wie ich die beschrifte. Ich klicke da drauf, sage VP für Volumenpumpe, machen Punkt. Und dann schreibe ich hin Heat. Das ist unsere Heat Pumpe. Dann klicken wir hier drauf. Das ist unsere VP Waste. Unsere Abgas Pumpe. Das hier ist unsere, wie heißt sie? VP Coolant. Genau. Das ist unsere Kühlpumpe. So. Die haben wir jetzt beschriftet. Das ist alles soweit okay. Jetzt müssen wir hier oben noch die beiden Active Vents beschriften. Dürfen wir auch nicht vergessen. Active Vent 1. Und der hier heißt dann Active Vent 2. So. Dann haben wir die auch beschriftet. Soweit, denke ich mal, sollte das jedem klar sein, was wir hier gerade gemacht haben. Also nochmal zusammengefasst. Wir holen uns den Sauerstoff hier raus, packen den mit der Volumenpumpe hier in diesen Tank und gleichzeitig über das Rohr hier oben lang zu diesen beiden Active Vents. Die brauchen natürlich Strom. Ist ja klar. Und müssen auch an das System angekoppelt sein, wo hier die IC-10s sind. Dann haben wir hier unsere Heißgasleitung. Die geht zu unserem Heißgas-Tank. Hier lassen wir noch ein bisschen was offen, weil hier muss nachher noch was zwischen. Und wir haben hier die Volumenpumpe für das Waste. Wie gesagt, wichtig ist, dass alle rein zeigen in die Dings, also ins Rohr. Also die zeigt rein, die zeigt rein und die auch. Stromanschluss nach unten. Lässt sich alles ein bisschen einfacher machen mit dem Verkabeln. Ja, hier oben ist der Auspuff. Der geht direkt in den Waste-Gast-Tank. Der wird auch so angeschlossen, wie ihr das hier seht. Das Ganze hier mit der Kühlpumpe, genau das Gleiche. Aus dem Kühlgas-Tank geht das Ganze hier rein. Und wenn ich gerade beim Kühlgas-Tank bin, da fällt mir noch was ein, was wir auf jeden Fall noch machen können, was ihr später auf jeden Fall auch benutzen könnt. Wir werden jetzt hier nochmal einen Active Wind anbauen. Und der hat nämlich folgende Bewandtnis. Ich kopiere mir den mal schnell von hier oben. Der hat folgende Bewandtnis, dass wir natürlich am Anfang kein Kühlgas haben. Aber wir können diese Atmosphäre außen auf dem Mars und auch auf Europa und so, die können wir halt verwenden, um Kühlgas zu erzeugen. Also kühleres Gas. Das muss nicht minus 100 Grad kalt sein. Das muss einfach nur kühler sein als das Gas, was ihr quasi schon besitzt sozusagen. Also was ihr quasi benutzt, um Gase abzukühlen. Also wenn ihr zum Beispiel von 1000 Kelvin runter wollt auf 300 Kelvin, dann müsst ihr ja nicht minus 20 Grad kaltes Gas nehmen. Da reicht ja auch normal kühles Gas, sage ich mal, 20 Grad oder so. Es muss also nicht hier monstermäßig kalt sein. Ist natürlich schön, wenn man Planeten hat, wo das geht. Dann spart man sich ein bisschen Energie. Ansonsten müsst ihr das Ganze natürlich herstellen. Das kalte Gas. Aber wie gesagt, auf den meisten Planeten reicht das eigentlich, wenn ihr ganz normal die Atmosphäre nehmt. Das Ganze machen wir auch mal. Beschriften wir. Das ist dann CoolentFill. So nenne ich das Ding. Also der füllt halt Kühlgase in das System ein. Und deswegen nennen wir den so. So. Haben wir schon mal gemacht. Wenn wir schon mal dabei sind. Ist kein Muss. Geht auch anders. Ihr könnt die kühlen Gase auch anders erzeugen, indem ihr zum Beispiel Atmosphäre ansaugt und das Ganze dann abkühlt. Oder aber, wie gesagt, auf Mars, Europa, überall, wo die Abgase oder die Atmosphäre kalt ist, könnt ihr euch aus Atmosphäre Sachen ansaugen. Das machen wir hier. Das Ding wird auch gesteuert. Das heißt, da braucht ihr keine Angst haben, dass euch die Tanks platzen. Zum Thema Tanks platzen. Die Elmo-Firniss überwacht nicht die Drücke der Tanks. Also nicht ganz. Also der Waste-Gast-Tank wird überwacht und der Heat-Tank wird überwacht und auch der Hot-Oxygen-Tank wird überwacht. Und der hier auch. Aber nicht immer auf Druck. Das heißt, es kann sein, dass euch euer Waste-Gast-Tank explodiert oder euer Kuhlen-Tank zu groß, zu voll wird. Da müsst ihr also immer gucken. Das System versucht immer eine Balance zu finden zwischen den einzelnen Tanks. Und dann müsst ihr halt mal gucken, welcher von den dreien rumspinnt. Meistens ist der Waste-Gast-Tank. Da müsst ihr dann natürlich noch ein Überdruckventil dran bauen, dass der das Ganze an die Atmosphäre abgibt. Oder vielleicht das Ganze in einen anderen Tank pumpt. Da müsst ihr also auch aufpassen. Der kann euch irgendwann mal um die Ohren fliegen. So, jetzt haben wir das Ganze hier fertig. Das heißt, wir werden jetzt auch gleich hier hinten zumachen. Weil wir können ja jetzt quasi hier hinten das Ganze schon verschließen. Wir sind ja fertig. Hier an der Seite können wir es noch nicht verschließen. Aber da jetzt Nacht ist, werden wir gleich mal die Firnis beheizen. Denn das ist nämlich jetzt der Trick an der ganzen Sache. Wir müssen die Firnis einmal heiß machen, damit die funktioniert. Und das werden wir jetzt tun. Dazu nehmen wir uns einfach 25 und 25 von diesen beiden Sachen. Ihr könnt auch 23 und 25 nehmen. Das ist völlig egal. Ja, also Volatiles und Oxide. Und wir müssen jetzt einmal den Ofen anheizen, damit das ganze System initial funktioniert. Wir können den Ofen einfach befüllen. Und die Firnis bleibt aus. Die macht ihr nicht an. Ja, und dann drücken wir ein paar Mal auf den Knopf, damit die Gase hier drin halt freigegeben werden. Klappe geht wieder auf. Ihr steckt das zweite Ding rein. Und ihr zündet das Ganze. Und wenn ihr das gezündet habt, dann macht ihr gleich die Klappe an der Seite zu. Ja, also macht euch bereit, dass ihr gleich die Glasscheiben alles in der Hand habt, um das Ganze dann zuzumachen. Ja, so jetzt zünden wir mal. Oh, das war ein bisschen viel. Kann sein, dass er jetzt gleich explodiert. Naja, den machen wir mal noch auf hier. Den lassen wir mal noch auf, dann kann sie noch ein bisschen kühlen. Ja, sieht gut aus. 25 war vielleicht ein bisschen viel. So, jetzt gehen wir hier rein. Suchen uns hier oben unser IC-Housing für den Oxygen-Controller. Importieren den. Da ist natürlich nichts drin. Gehen auf Edit. Gehen auf Library. Und suchen dann hier unten den Oxygen-Controller von Elmo. Hier ist der Oxygen-Controller. Den kopieren wir hier rein. Drücken Confirm. Und drücken Export. Damit ist der jetzt hier auch schon abgespeichert. Einmal anschalten, damit wir gucken können, was wir hier anschließen müssen. Und jetzt geht's los. PAT Hydrogen. Den habe ich nämlich vergessen. Hier muss natürlich noch der Dings rein. Der Pipe Analyzer. Den habe ich noch vergessen. Das ist kein Problem. Kriegen wir hin. Wir brauchen den für Gas. Genau. Den setzen wir hier dran. Das heißt, das System möchte wissen, wie heiß ist der Wasserstoff. Ja. Dementsprechend werden wir das jetzt hier mal schnell noch machen. Der Ofen bollert ein bisschen. Der braucht nur ein bisschen Hitze. Wie gesagt, ihr würdet den Ofen wahrscheinlich später erst anheizen, als ich ihn jetzt angeheizt habe. Aber ihr könnt ihn jetzt schon anheizen. Das ist kein Problem. Ja. Alles natürlich offen lassen, damit da nichts drin kaputt geht. Ist ja klar. Und jetzt werden wir das Ding noch beschriften. Das Ding ist der, der muss auch, der muss auch angeschaltet sein. PAT Hydrogen. Ja. Das ist der Pipe Analyzer für Wasserstoff. So. Jetzt können wir hier gucken. Das heißt, wir müssen hier den PA für Hydrogen eintippen. Das ist der Active Vent von der, also das Active Vent 1. Ja. Da können wir hier gucken. Active Vent 1. Das ist Active Vent 2. Steht ja da. Ey, wie, ne? Furniss. So. Das ist der Oxygen Tank. Aber das ist nicht der Oxygen Tank, sondern das ist der heiße Oxygen Tank. Ja. Also müsst ihr also aufpassen, dass er da auch den richtigen nehmt. Gucken wir mal. Das Ding müsste ja irgendwas mit T heißen. Hot Oxygen. Genau. Hier haben wir die VPA Fill. Das ist die da. Ja. Die Pumpe hier. VPA Fill. Die heißt in dem Fall jetzt noch Volumenpumpe. Die können wir aber auch gleich noch beschriften. Das ist Volumenpumpe VPA Fill. Ja. Klar, logischerweise. Die füllt den Sauerstoff. Deswegen heißt die VPA Fill. Ja. Die wählen wir jetzt hier auch noch aus. VPA Fill. Und hier unten ist VPA Release. Den brauchen wir noch nicht. Und das Ganze können wir dann jetzt schon mal anschalten. So. Jetzt ist das Ganze scharf geschaltet. Jetzt passiert hier was. Hier wird jetzt Sauerstoff da reingeführt. Die oben sind noch aus. Ja. Jetzt machen wir das Ding hier zu. Und jetzt schalten wir die Furnace an. Und jetzt passiert Folgendes. Die ganzen Gase rund um die Furnace werden jetzt aufgeheizt. Ja. Gucken wir mal. Die müsste noch zu sein hier. Ja. Die sind zu. Alles ist klar. Und jetzt gehen natürlich die Gase raus aus der Furnace. Das ist ja klar. Ja. Ihr könnt natürlich auch die Furnace jetzt hier zudrehen. Ähm. Damit die halt die Gase nicht los wird. Damit sie halt aber trotzdem noch heizt. Das ist ja klar. Und äh. Ja. Jetzt hat er den hier schon wieder kaputt gemacht. Das ist natürlich schlecht. So. Jetzt funktioniert es. Ah. Jetzt habe ich nicht richtig zugemacht wahrscheinlich. Ja. Das Ganze. So. Und jetzt gucken wir mal hier nach der. Äh. Nach dem Oxygen. Und der seht ihr. Der wird jetzt langsam. Aber sicher wird der jetzt aufgeheizt. Ja. Vom Oxygen Controller. Also im Prinzip war das jetzt gerade ein bisschen hektisch. Aber die eigentliche Vorgehensweise ist folgende. Ihr nehmt euch die Furnace und dreht die Hähne zu. Ja. Dass die Furnace halt die Gase nicht los wird. Also dass sie nicht. Ähm. Was jetzt nämlich gerade passiert ist. Ist diese Hähne waren offen. Und aufgrund dessen. Dass die Hähne offen waren. Haben wir jetzt unser Gas. Was heiß war. Hier in den. In die Dings rein geschossen. Ja. In die. In die. Ähm. In den Waste Tank. Was wir ja noch gar nicht wollten. Weil hier ist ja der Auspuff. Ne. Und dann geht das hier rein. Und da runter. Und dann würden die Gase halt verschwinden. So wie es gerade bei mir passiert ist. Das solltet ihr natürlich nicht machen. Das heißt ihr solltet natürlich aufpassen. Dass das Ganze hier zugedreht ist an der Furnace. Ja. Bevor ihr sie einschaltet. Und die Furnace muss eingeschaltet sein. Damit hier oben die Active Vents funktionieren. Jetzt wird also der Sauerstoff aus dem Tank hier reingefüllt. Und dann hier immer im Kreis gepumpt. Ja. Geht er wieder zurück. Der heiße Sauerstoff. Und so wird dieser Sauerstoff halt aufgeheizt. Und wir können auch sehen. Wie weit wir jetzt vom Sauerstoff. Von der Zündtemperatur weg sind. In Relation zur Temperatur des Hot Oxygen Tanks. Und des Wasserstoff Tanks. Je nachdem welche Temperaturen die haben. Wenn wir hier drüber weg gehen. Über den Oxygen Controller. Da sehen wir. Wir sind jetzt noch 25 Grad unter der Zündtemperatur. Des Gemisches. Das heißt. Wenn ihr hier eine Minuszahl seht. Dann wird euer Oxygen. Oder euer Heizer. Nicht funktionieren. Ja. Also der Heizer. Der dann quasi das Gas aufheizt. Der wird nicht funktionieren. Was wir jetzt machen können. Wir können jetzt die. Die Furnace nochmal ein bisschen aufheizen. Das heißt. Wir machen hier nochmal. Splitten das nochmal. Ich suche nochmal nach Volatiles. Das ist etwas. Was ich. Was ich immer wieder falsch mache. Was ich auch hier jetzt wieder falsch gemacht habe. Man muss immer drauf aufpassen. Dass die. Ähm. Dass die. Ähm. Die Hähne. Vom Sauerstofftank. Quasi. Vom Wasserstofftank. Dass die zu sind. Ja. Das muss man auf jeden Fall machen. So. Wenn wir hier nochmal. Muss hier. Ich bin immer total verwirrt. Was hier diese tausend Sachen hier sind. So. Nochmal. Also. Wir machen hier nochmal Split Half. Und hier machen wir auch nochmal Split Half. Genau. Und jetzt haben wir hier nochmal zwölf Stück. Die können wir hier nochmal. Ähm. Benutzen. Um die Furnace nochmal heiß zu machen. Äh. Dazu machen wir die Furnace aus. Dann gehen oben die Active Vents aus. Ja. Also wenn euch das passiert ist. So wie bei mir. Nehmen wir die Scheibe raus. Ja. Verlieren wir ein bisschen Sauerstoff. Ist nicht schlimm. Jetzt schmeißen wir hier nochmal ein bisschen Gas rein. Ah. Es reicht noch nicht. Machen wir hier nochmal ein bisschen O2 rein. Ah. Jetzt fängt es an zu heizen. Und jetzt machen wir die Scheibe wieder zu. So. Und jetzt schalten wir auch die Furnace wieder an. Wie gesagt. Wichtig ist. Dass die Hähne hier unten zu sind. Weil sonst geht euch das heiße Gas halt verloren. Was halt jetzt im Waste Tank ist. Da soll es ja nicht hin. Das soll ja in der Furnace bleiben. Jetzt ist es um die Furnace sehr sehr heiß. Und jetzt funktioniert das auch mit dem Sauerstoffheizen viel besser. Ihr seht auch. Das geht viel schneller. Ja. Wenn die Furnace ein bisschen Temperatur hat. Da müsst ihr also aufpassen. nochmal Schritt ist eigentlich. Also der Schritt ist eigentlich folgendermaßen. Ich erkläre es nochmal. Wir haben die Seitenscheibe offen. Wir schalten den Oxygen Controller an. Wir haben hier hinten den H2 Pipe Analyzer. Der ist auch angeschaltet. Das ist wichtig. Und dann werfen wir 25 und 25 hier rein. Aber bevor wir dann die ganzen Sachen zünden. Vergewissern wir uns. Dass hier die beiden Hähne zu sind. Ja. Und dann zünden wir die Furnace. Dann brennt die mit einer gewissen Temperatur. Seht ihr ja hier. Und dann könnt ihr die Fensterscheibe zumachen. Ja. Das ist wichtig. Wie gesagt. Weil wir eben diese Hähne hier offen hatten. Ist uns ein bisschen Gas verloren gegangen. Weil dieses Gas ist dann jetzt hier im Hortgas Tank. Ja. Oder im Base Gas Tank. Aber ist nicht schlimm. Können wir trotzdem machen. War ich gerade auch wieder ein bisschen hektisch. Aber manchmal ist das so. So. Ihr könnt euch ein paar Chutes aussuchen. Und ihr könnt schon mal ein paar Chutes an die Furnace bauen. Damit ihr die dann später quasi besser verwenden könnt. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir machen hier mal ein Inlet. Genau. Das wird jetzt noch nicht gehen. Doch es geht. Machen wir hier mal ein Inlet. Machen wir mal. Machen wir mal so seitlich erstmal. Damit das für euch jetzt erstmal ein bisschen einfacher zu sehen ist. So. Dann machen wir hier noch einen Ausgang. Da können wir ja hier eine Corner machen. Und jetzt gucken wir mal hier nach Outlet. Genau. Und den Outlet bauen wir hier jetzt natürlich auch noch dran. Können wir ja so machen. Ist ja erstmal egal. Hauptsache ihr habt erstmal was dran. Ihr müsst das also nicht aufmachen. Um die Furnace jetzt hier zu betreiben. Was wir auch noch machen können. Während wir hier gleich an der Furnace sind. Wir können nochmal was vorbereiten. Was wir später brauchen. Und zwar brauchen wir. Hier noch eine Konsole. Die können wir hier schon mal oben hin bauen. Ich nehme immer gerne den Konsolenmonitor. Weil der sieht schick aus. In den Konsolenmonitor kommt ein Hasch Display. Das muss ich mir jetzt hier so hinschmeißen. Weil das kann ich leider mit dem Dings nicht spawnen. Mit dem Tool. Das Hasch Display packen wir hier rein. Und dann würden wir jetzt noch eine Glasscheibe dran machen. Aber ich mache jetzt keine Glasscheibe dran. Weil ich bin ja im Creative Modus. Aber ihr würdet jetzt noch eine Glasscheibe dran haben. Als nächstes brauchen wir noch Buttons. Aber das heißt anders. Das heißt nämlich Switch. Item Kit Logic Switch. Und mit diesem Logic Switch. Da machen wir uns jetzt zwei Buttons. Die packen wir jetzt hier links und rechts hin. Und schließen die natürlich auch an den Strom an. Das heißt wir brauchen jetzt hier noch ein paar Kabel. Die kopiere ich mir jetzt hier mal. Und jetzt schließen wir die ganzen Sachen hier mal an. Das ist ja prinzipiell überhaupt kein Problem das Ganze zu machen. Und jetzt würden wir hier noch einen Bogen dran machen. Dann haben wir das auch geschafft. Das heißt wir haben dann hier diese Buttons dran und das Display. Das werden wir dann später noch benutzen. In dem Fall werden wir den Button jetzt benennen. Den nennen wir dann so zurück. Also Button zurück. Und das ist der Button vor. Also damit werden wir dann durch unsere Rezepte durchscrollen. Button vor, Button zurück. Wir brauchen auch eine Diskette später. Um das Ding hier nachher dann anzuschalten und zu benutzen. Oder einzustellen. Die stecken wir da schon mal rein. Dann ist sie da schon mal drin. Die nehmen wir dann später raus. Aber dann ist sie schon mal da. Dann suchen wir die nicht. Soweit eigentlich auch alles klar. Gut dann haben wir das auch schon fertig. Was wir jetzt brauchen ist natürlich das Kernstück dieser ganzen Geschichte. Und zwar das Heizsystem. Das Heizsystem müssen wir jetzt erstmal aufbauen. Und im Prinzip ist das Heizsystem ganz simpel aufgebaut. Und zwar, ich kopiere mir hier mal ein Rohr. Das Heizsystem funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier eine Heizkammer sozusagen. Eine Explosionskammer. Oder Ignition Chamber. Oder wie auch immer man das nennen will. Und in diesem T-Stück und diesem Rohrende hier. Da wird dann die große, passiert die große Magic. Also da wird es dann dafür sorgen, dass es knallt und heiß wird. Und dann entsprechend hier rüber transportiert wird. In diesen, ja in diesen Bereich hier drüben. Also in den Puffertank für die Hitze. Und was brauchen wir natürlich? Wir brauchen natürlich wie immer, wir brauchen wunderschöne Volumenpumpen. Die werden wir auch so hinbauen, dass die in die richtige Richtung zeigen. In dem Fall nämlich so. Ja, also in die Chamber rein. Hier das Ganze werden wir auf jeden Fall auch machen. Dass die da rein zeigen. Das ist auch okay. Und wir haben unten am Ausgang, haben wir natürlich auch noch eine Volumenpumpe. Und das Ganze werden wir jetzt mal verbinden. Wir klauen uns hier mal wieder ein paar Pipes. Und in dem Fall wird das hier die Wasserstoffpumpe. Das heißt, wir werden hier den Wasserstoff anschließen. Ist wie gesagt total easy zu verstehen eigentlich. Aber das war jetzt doof, was ich gemacht habe. Denn wir brauchen nachher das Kabel hier noch von dem Tank. Das heißt, wir werden also hier mal einen Bogen machen. Wir werden hier mal eine Gerade machen. Und werden mal hier erst den, ach, hier den Bogen hinbauen. Jetzt müssen wir hier wieder uns was klauen. Und müssen das da wieder hinbauen. So, alles klar. Also, wir haben hier den Wasserstoff. Der geht an diese Pumpe. Und wir brauchen jetzt natürlich noch den heißen Sauerstoff. Und das ist nämlich eine lustige Geschichte. Man würde die jetzt hier rüberziehen, aber das ist verkehrt. Das hier ist der kalte Sauerstoff. Wir brauchen aber den heißen Sauerstoff da hinten. Also, nein, müssen wir klauen uns hier mal wieder ein Rohr. Und gehen mal mit dem Rohr nach unten zum heißen Sauerstoff. Also, da holen wir uns das jetzt weg. Na, na. So, da holen wir uns das weg. Das heißt, wir müssen ja heißen Sauerstoff haben. So, Hammer. Jetzt müssen wir das geheizte Gas natürlich auch noch hier in unseren Tank hinzufügen. Das heißt, wir müssen jetzt hier eine Verbindung schaffen. Und da sehe ich schon, da bin ich eins verrutscht. Aber das macht nichts. Machen wir das zu. Wir müssen also hier eine Verbindung schaffen zu diesem Heißgastank. Denn da wird dieses heiße Gas dann zwischengepuffert. Und hier mit der Heißgaspumpe dann Richtung Furnace transportiert. Also müssen wir die auf jeden Fall auch noch bauen. Was wir auch noch brauchen ist ein Pipe Analyzer. Damit die Elektronik weiß, was hier los ist in dem Rohr. Und den schalten wir auch schon gleich ein, dass wir das nicht vergessen. Und wir drehen natürlich wieder alle Volumenpumpen runter auf 0. Weil, ja, es kann immer mal irgendwas passieren. Und damit das nicht passiert, werden die Pumpen alle auf 0 gedreht. Denn die Steuerung wird die zwar steuern, aber damit uns da nichts passiert, schalten wir die auf jeden Fall auf 0. So, was wir da noch brauchen ist natürlich Strom. Ist ja klar. Wir müssen hier natürlich entsprechende Verbindungen schaffen. Das ist aber kein Problem. Kriegen wir hin. Kennen wir uns ja mit aus. Und das werden wir jetzt hier gleich mal vollziehen. Und wir müssen natürlich auch diese Volumenpumpe hier oben mit an den Strom hängen, damit die auch gefunden wird im System. So, was wir jetzt haben ist, dass wir eine Brennkammer gebaut haben, wo quasi der Wasserstoff über eine Volumenpumpe in diese Brennkammer reingeführt wird. Der heiße Sauerstoff wird hier entnommen, also hinter der Volumenpumpe. Also aus dem Tank raus geht das in die zweite Volumenpumpe. Und dann haben wir hier ein T-Stück und ein Rohrstück. Das ist dann die entsprechende Brennkammer. Da muss ein Pipe-Analyser drauf. Und wir haben hier eine Entnahmepumpe sozusagen. Das ist die sogenannte Exit-Pump. Und die, ja, pumpt dann das heiße Gas hier in diesen Puffertank. So, das Ganze werde ich jetzt beschriften, damit wir nachher auch nicht vergessen, was was ist. Wir schreiben, nein, wir schreiben hier mal drauf VP, H2-Fill. Ja, das ist die H2-Fillpumpe. Wir schreiben hier drauf VP, Oxygen-Hot-Fill. Sage ich jetzt mal, ja, dann wissen wir, das ist der heiße Sauerstoff. Wir nennen das ganze Ding hier Pipe-Analyser-Igniter. Also das ist der Entzünder sozusagen. Und wir nennen die dann quasi Volumenpumpe-Igniter-Exit. Ja, das ist die Exit-Pump. Damit wir wissen, dass das die ist, die das heiße Gas quasi ausspuckt. So, während wir jetzt gleich dabei sein wollen, hier die ersten heißen Gase zu erzeugen, fehlt uns natürlich auch noch eine Sache. Und zwar müssen wir die drei Tanks hier noch mit an unser Netzwerk anschließen. Denn diese Tanks werden gemanagt von einem Skript nachher später. Und dementsprechend müssen wir die jetzt natürlich auch mit an unser System anschließen. Und ich mache das immer gerne so rum. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ja, es spielt ja gar keine Rolle, wie rum ihr das macht, wenn das mal jetzt irgendwann funktionieren würde. So, und dann geht es jetzt hier hinterm Tank lang. Hinterm Tank lang. Das ist natürlich auch ein schöner Satz. Aber da könnt ihr dann hier jetzt einfach ein T-Stück machen. Und hier geht es dann einfach mit einem Bogen rein zum Tank. Ja, so. Das heißt, wir werden also jetzt alle entsprechenden Tanks hier mit einbinden. Damit die halt auch am System angekoppelt sind, um dann die Daten, damit wir dann die Daten auslesen können, die wir brauchen. Ja. Denn die Tanks werden nachher gebalanced und deswegen müssen die auch mit an den Datenport. So, jetzt haben wir das Ganze hier dran. Und jetzt geht es los. Jetzt werden wir mal den Ignition Controller programmieren. Und dazu werden wir das Ding jetzt mal benennen. Also Ignition Controller. So nennen wir das Ding. Ach, das ist doch... Das sei ja nicht, ey. Ich mache immer ein großes O. Ignition Controller, das heißt, das ist der Zündcontroller, der die heißen Gase nachher erzeugen wird. Ja, also hier, das hier. Das wird der sein. Haben wir das schon beschriftet? Ja, haben wir. Gut, so. Okay, dann gehen wir wieder an den Computer. Suchen uns hier den Ignition Controller raus. Drücken mal Import. Da ist nichts drauf. Das ist gut. Und dann suchen wir uns hier den Ignition Controller vom Elmo. Ja, dann müsst ihr dann auch auf jeden Fall, wie sagt man, erstmal abonnieren und dann habt ihr die Sachen da drin. Ja, so. Jetzt können wir sagen Export. Wir gucken nochmal. Ignition Controller Export. Ja, das ist richtig. Und jetzt werden wir den Ignition Controller mal konfigurieren. Dazu müssen wir ihn erst einmal einschalten. Und wieder ausschalten, damit wir hier eine Beschriftung haben. Und jetzt geht es los. V-P Hydrogen. Welche ist die V-P Hydrogen? V-P heißt immer Volume Pump. Ja. Hier drüben haben wir zum Beispiel, da steht P-A-T Oxygen. Das heißt, Oxygen ist Sauerstoff. Und jetzt ist die Frage, was heißt P-A-T? P-A-T heißt, P-A heißt ein Pipe Analyzer. Oder T heißt Tank. Also ein Tank. Das heißt, ihr könnt an diese Schraube entweder den heißen Oxygen Tank selber anschließen. Oder ihr könnt hier draußen auf dem Rohr auch einen Pipe Analyzer benutzen. Ja. Und dieses P-A-T heißt eben Pipe Analyzer oder Tank. Und in dem Fall steht hier V-P Hydrogen. Und V-P heißt Volume Pump. Und das ist diese Pumpe hier. Ja. V-P hat H2 Fill. Die müssen wir jetzt suchen. Das heißt, wir drücken mal C. Dann können wir, nee, warte, wir drücken nicht C. Wir lassen das ohne C, weil dann können wir nämlich rückwärts scrollen. Und die heißt dann V-P H2 Fill. Ja. Die V-P Oxygen, das ist die hier. Das ist die heiße Oxygen Fill Pumpe. Das ist nicht die hier. Sondern das ist die Pumpe, die dann den heißen Oxygen hier reinführt. Und das ist auch ganz einfach zu unterscheiden. Denn es geht ja jetzt um den Igniter. Um den Entzünder. Und deswegen ist das nicht diese Volumenpumpe, die V-P A Fill. Sondern es ist die. Ja. Weil der Ignition Controller ist ja der, der jetzt hier diese Ignition, diese Zündung macht. Und deswegen wissen wir auch, dass die, dass die V-P Oxygen Fill ist. Ja. Deswegen können wir das auch wunderbar auseinander halten. Falls wir nicht mehr wissen, welche Pumpe welche ist. Ja. So, dann haben wir V-P Exit. Auch klar, das ist die Volumenpumpe Exit. Das ist die da. Die haben wir ja auch schon beschriftet. Die können wir auch wunderbar jetzt hier schon aussuchen. V-P Igniter Exit hatten wir ja beschriftet. So, dann haben wir PA Ignition. Das ist der Pipe Analyzer hier von der Zündkammer. Ja, den haben wir PA Igniter genannt. Also können wir den jetzt auch schon hier wunderbar raussuchen. Wir gucken mal, ob wir den jetzt hier finden. PA Igniter. Haben wir gefunden. So, dann haben wir PAT Hydrogen. Das ist auch wieder PAT. Pipe Analyzer oder Tank. In dem Fall geht es hier um den Wasserstofftank. Den brauchen wir nämlich, um die Temperatur zu wissen, um die Mold zu berechnen. Deswegen können wir entweder den Tank benutzen. Oder wir nehmen wieder hier unseren PA Hydrogen. Also, Pipe Analyzer. Also, machen wir hier ein PA Hydrogen hin. Und damit weiß das ganze Ding auch, wie warm der Wasserstoff ist. Denn das ist wichtig für die Ignition. Sonst funktioniert die Zündung nicht. Und dann haben wir noch PAT Oxygen. Das ist natürlich auch wieder die Frage, was ist denn der Oxygen-Tank? Ist das der heiße oder der kalte Oxygen-Tank? In dem Fall ist das tatsächlich der heiße Oxygen-Tank. Also, da gucken wir jetzt mal. Tank, Hot, Oxygen. Das ist eben wichtig. Das kann man auch, wie gesagt, gut auseinanderhalten. Es geht um die Ignition, um die Zündung. Und bei der Zündung ist es nicht wichtig, wie warm euer normaler Sauerstoff ist. Sondern es ist wichtig, wie warm ist euer heißer Sauerstoff. Und wie warm ist euer Wasserstoff. Und hier in der Zündkammer muss ja berechnet werden, was eingespritzt werden muss. Und dementsprechend muss das Tool wissen, was ist die Temperatur dieser beiden Tanks. Deswegen ist es immer verwirrend. Die Leute tragen hier unten bei PAT Oxygen immer ihren Sauerstofftank ein. Ihren normalen Sauerstofftank. Und das ist falsch. Da muss der Hot Oxygen-Tank rein. So, jetzt kontrollieren wir nochmal, ob wir alles soweit fertig haben. Es sind alle Messgeräte angeschaltet. Alle Volumenpumpen sind auf 0. Das sieht gut aus. Und jetzt zünden wir das Ding einfach mal. Und wir gucken mal, was passiert. Ja, wir haben eine Zündung geschafft. Wir haben 30 Megapaskal und 2245 Grad Celsius. Dieses Zünden ging so schnell. Deswegen bin ich gleich los hier ran, dass ihr es nicht gesehen habt. Aber wir können ja nachvollziehen hier, dass das da ist. Und wir sehen es auch hier auf dem Igniter. Wartet mal, ich mache mal meinen Dings weg. Wenn wir da drüber gucken, da sehen wir es auch. Da ist Druck drauf und Temperatur. Das heißt, das Ganze hat funktioniert. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum macht die Exit Pump jetzt noch nichts? Ja, das liegt daran, dass die Exit Pump von einem anderen Chip gesteuert wird. Ja, diese Exit Pump. Und da habt ihr euch doch gefragt, Moment, wir haben doch hier die VPA Exit dran. Ja, also die Volumenpumpe für das Exit. Da ist sie. Warum wird denn die nicht gesteuert von dem Chip? Naja, dieser Chip macht was anderes. Der stellt die Pumpe einfach nur ein. Ja, der stellt sie ein und erloggt sie, damit die nicht von euch automatisch irgendwie verstellt werden kann. Ja, damit ihr die nicht anschalten könnt, ausschalten könnt, was auch immer. Dementsprechend ist das dieser Chip, ja, der das macht. Also, wir sind ja im weiteren Aufbau der Furnace und dementsprechend brauchen wir uns um den jetzt noch keine Gedanken machen. Ja. So, das heißt, unsere Furnace bollert weiterhin vor sich hin. Sie ist natürlich, wird natürlich noch nicht benutzt. Also, sie ist noch nicht im Betrieb. Aber wir haben die Sachen erstmal vorbereitet. Das Heißgas, also den heißen Sauerstoff haben wir gemacht. Und wir haben hier schon das erste Gas erzeugt. Natürlich ist das hier noch nicht drin, weil die Pumpe noch nicht geht. Aber hier im Explosionsrohr, sozusagen im Igniter, wurde schon gezündet. Das heißt, unser System hier funktioniert erstmal. Soweit klar. Als nächstes müssen wir uns um die Furnace kümmern. Das heißt, der nächste Chip wird sein, der Furnace-Controller. Das können wir hier mal hinschreiben. Schreiben wir hin, IC, Furnace-Controller. Und den werden wir jetzt programmieren. Dazu gehen wir natürlich hier wieder an unseren Computer. Wir legen mal den ganzen Schnatter hier aus der Hand weg, damit uns das nicht stört. Drücken mal hier oben auf den Furnace-Controller. Es ist immer wichtig, dass er aufpasst, dass er die richtigen Chips beschreibt. Und wir drücken Edit und wir suchen jetzt hier mal den Furnace-Controller raus. Der müsste hier irgendwo noch sein. Ich muss mal gucken, wo der ist. Der muss wahrscheinlich weiter unten sein, weil ich den lange nicht benutzt habe. Scrollen wir uns hier mal durch. Hier sind auch die Sachen von Cebulba. Auch ein cooler Let's Player in Sachen Stationiers. Könnt ihr auch mal bei ihm vorbeigucken. Und ja, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Ja, ist natürlich hier Advanced Furnace-Controller, Vernigora. Nein, das ist er nicht. Okay, ich muss mal hier ein bisschen schneller scrollen. Wir gucken mal. Okay, ich finde es gerade nicht. Wo sind sie, wo sind sie? Ich habe sie abonniert, also müssen sie ja irgendwo sein. PID-Controller und Filter. Nein, das ist er nicht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Man kann leider nicht suchen nach dem System. Und deswegen muss ich jetzt hier mal ein bisschen scrollern. Was mich aber wundert ist, dass die da gar nicht mehr drin sind. Also normalerweise habe ich die hier drin. Wieder top vorbereitet, wie immer. Also ich weiß nicht, warum das immer so ist. Aber bei mir ist das so. Hm. Nanu? Nanu, nanu, nanu? Sind sie jetzt, habe ich sie aus Versehen gelöscht oder so? Nein, hier ist es doch. Advanced Furnace Controller. Da ist er. Den brauchen wir. Ja, alright. Confirm. Und Export. So, jetzt sind wir hier beim Advanced Furnace Controller. Auch den schalten wir einmal kurz an und wieder aus. Und wir suchen uns hier unseren Schraubendreher und connecten die Sachen, die wir da connecten müssen. So, in dem Fall will er jetzt hier auf D0 die VP-Waste haben. Das ist die Volumenpumpe Waste. Das ist die da. Die haben wir ja schon beschriftet. Das heißt, die können wir ganz easy eintragen. Einfach einen Klick drauf und da ist er schon. Dann haben wir die VP-Coolant. Das ist die da, die vom Kühlmittel kommt. Die haben wir auch. Die können wir auch schon auswählen. VP-Coolant. So, dann haben wir VP-Heat. Das ist die Volumenpumpe hier, die vom Heißgas kommt. Gut, auch die können wir easy peasy einstellen, denn die haben wir ja auch schon vorgelegt und beschriftet. So, PAT-Waste. Das kann wieder ein Pipe-Analyzer sein oder ein Tankanschluss. In dem Fall haben wir einen Tankanschluss für unseren Waste-Gast-Tank. Also wird das hier der Tank-Gaste. Da ist er. Dann brauchen wir LMSP-Temp. Was heißt das? Das ist Logic-Memory-Setpoint-Temp. Das ist der da. Also LM-Temp. Das heißt, wir gucken mal nach L. Oder wir können mal mit C drücken, dann geht es vorwärts. Gucken wir mal L. Na, wo ist er? LM-Temp. Den haben wir. Und dann ist das hier LMSP-Pressure. Das ist der hier, der Logic-Memory für Pressure. Auch den können wir uns jetzt hier mal raussuchen. LM-Pressure. Wichtig ist, dass er hier jetzt nochmal kontrolliert, ob da Zahlen drinstehen. Hier stehen jetzt 1000 drin. Hier stehen 10.000 drin. Das ist wichtig, sonst funktioniert der ganze Sheet nicht. Und hier sollte natürlich auch schon ein Wert drinstehen. Das heißt, wir haben jetzt hier alles soweit angeschlossen. Das sieht alles gut aus. Und wir schalten das ganze Ding mal an. Und hier gibt es jetzt Fehlermeldungen. Das ist aber nicht schlimm. Hier sind auch Fehlermeldungen. Das ist nicht schlimm, weil es fehlen noch ein paar Sachen hier im System, die wir noch nicht gebaut haben. Aber der Furnace-Controller, der ist jetzt schon mal da. Der ist schon mal da. Und das sieht gut aus. So, haben wir. Fehlermeldungen. Furnace-Controller. Der läuft schon mal. Super. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Library und das Utility IC. Und die können wir beide schon mal hier drauf brennen. Dann haben wir weniger Hin- und Her-Rennerei nachher. Das heißt, wir schreiben jetzt hier mal drauf, das ist das IC-Utility. Da haben wir hier einen Doppelpunkt gemacht. Machen wir natürlich einen Punkt hin. Utility. Und das Ding nennen wir dann IC-Library. Ja, also die, ja, die Liste sozusagen der ganzen Sachen, die wir so brauchen. So, geht jetzt ganz gut aus. Und jetzt gehen wir mal hier auf den Utility und suchen uns hier mal die Utilities raus. Override, confirm. Und dann wählen wir uns hier noch die Library raus. Und zwar Furnace-Library-V3. So. Auch die speichern wir dann hier auf die entsprechende Library. Library. Moment. Ich gucke noch mal. Furnace-Library, genau. Hatte ich jetzt schon was anderes gemacht? Weiß ich gar nicht. Export. Und bei Utility gucken wir noch mal rein. Ah, bei Utility hatte ich nicht abgespeichert. Okay. Dann noch Utility. Confirm. Export. So. Jetzt haben wir eigentlich alle Chippies, die wir brauchen. Die sind auch schon programmiert jetzt. Und jetzt können wir hier loslegen. Wir schalten den wieder an. Und wir gucken, was wir hier brauchen. Ah, hier oben steht IC-Furnace-Controller. Das heißt, hier muss der Furnace-Controller dran. Ja, das ist dann in dem Fall der hier. IC-Furnace-Controller. Der muss da oben dran. Ähm, da gucken wir mal, ob wir den finden. Der fängt ja mit C an. Mit I an. IC-Furnace-Controller. Den haben wir. So, VP-Heat-Fill. Jetzt ist die Frage, was ist VP-Heat-Fill? Ja. Und was ist VP-AV-Coolant? Und was ist das alles? Und was ist das alles? Ganz einfach. Im Prinzip müsst ihr jetzt überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Dieser Utility, der sorgt dafür, dass zum Beispiel die Tanks hier alle funktionieren. Und der sorgt auch dafür, dass die Drücke nicht so hoch werden. Und dass hier auch Gas erzeugt wird. Ja. Also heißes Gas. Und deswegen braucht dieser Chip einige Anschlüsse. Unter anderem die Furnace, den Heat-Fill, VP-AV-Coolant. Also das hier ist dann wieder klar. Ja. Das ist VP-AV-Coolant. Volumen-Pump, Active-Vent, Coolant. Was macht das Ding? Dieser Chip sorgt dafür, dass wir Kühlgase aus der Atmosphäre ansaugen können. Und die hier in diesen Tank zwischenspeichern können. Und deswegen ist das der hier. AV-Coolant-Fill. Ja. Und zwar, das machen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal den hier. Das heißt, der heißt Active-Vent-Coolant-Fill. Dann haben wir PAT-Waste. Wieder Pipe-Analyzer und Tank-Waste. Das ist wieder der Waste-Gast-Tank. Das heißt, wir gucken mal bei Tank-Waste. Dann PAT-Coolant. Das ist der Kühltank. Auch der wieder. Den suchen wir hier wieder raus. Einfach nur Tank-Coolant. Hammer. Und dann haben wir hier unten noch PAT-Heat. Das ist dann der Heißgas-Tank. Soweit klar? Soweit klar. So. Und dann haben wir hier diese Geschichte VP-Heat-Fill. Welche ist das? Da gucken wir mal hier auf den anderen Chip. Und wir gucken mal, ob hier irgendwas drin ist, was wir nicht brauchen. Da ist nichts. Also ist klar, der Utility kümmert sich ja um die Tanks. Also muss das VP-Heat-Fill diese Pumpe sein. Ja. Und das stellen wir jetzt mal ein. Die heißt... Ähm... Habe ich die noch nicht beschriftet? Doch, da ist sie. Das ist die Exit-Pump. Und jetzt schalten wir das ganze Ding ein. Und jetzt seht ihr, was passiert. Die Pumpe wird gesteuert. Und hier wird jetzt Druck aufgebaut. Und der Druck ist eingestellt auf ungefähr 30 Megapaskal. Ja, nicht wundern. Der pumpt den ganz schön auf, den Tank. 30 Megapaskal. Also die VP-Heat-Fill, die hier am Utility-IC dran ist, das ist nicht die Heat-Fill, die hier dran hängt. Am Ofen. Das ist nämlich die falsche. Weil das ist das Utility-IC. Und das ist wieder das, was ich vorhin sagte. Wenn ihr euch überlegt, an welchem Chip ihr gerade arbeitet, dann wisst ihr auch, welche Geräte es sind. Denn das Utility sorgt dafür, dass hier die Drücke gesteuert werden. Hier seht ihr, ja, hier wird jetzt Coolant nachgefüllt. Hier seht ihr, Coolant wird angesaugt. Ja, durch diesen Active-Fend. Und das wird hier oben gesteuert über den. VP-Heat-Fill ist der da. Ja, und VP-AV-Coolant ist der hier. VP kann eine Volumenpumpe sein oder AV ein Active-Fend. Ihr könnt nämlich zum Beispiel auch aus eurem schon gekühlten System Gase in diesen Tank pumpen lassen über eine Volumenpumpe. Ja, auch die müsste dann hier oben dran, da müsst ihr sehen. Also Volumenpump, Active-Fend, Coolant. In dem Fall nutzt man Active-Fend, weil hier auf dem Mars ist Atmosphäre, die wir verwenden können. Deswegen nehmen wir den. Und VP-Heat-Fill hat er nur deswegen so benannt, dass ihr natürlich auch selber heiße Gase erzeugen könnt, wenn ihr das wollt. Ja, muss ja nicht mit dem Elmo-System sein. Die Furnace würde auch mit normalem heißen Gas funktionieren, was ihr anderweitig erzeugen könnt. Und dafür ist diese Volumenpumpe. Die sorgt einfach nur dafür, dass dieser Tank 30 Megapascal bekommt. Für was anderes ist das nicht gedacht. Und ihr seht jetzt auch schön hier, wie es funktioniert. Wir machen es mal so. Da werden jetzt die Gase sozusagen entnommen. Es wird gerade leer gepumpt. Und gleich seht ihr oben drüber und links die Volumenpumpen. Die spritzen dann wieder ein. Und dann wird das Ganze wieder explodieren und wird wieder weiteres Gas erzeugen. Dann habt ihr das so rum richtig gemacht. Wenn das so funktioniert, dann habt ihr auch die richtigen Sachen an der richtigen Stelle angeschlossen. Und wie gesagt, wenn ihr dann natürlich wisst, an welchem System ihr gerade arbeitet, an welchem Chip, dann könnt ihr euch auch vorstellen, was dort angeschlossen werden muss. Mit der WP Heatfill zum Beispiel, mit der Volumenpumpe für die Heißgase. Da will das System ja einfach nur sagen, ich möchte jetzt heiße Gase in die Tanks tun. Ja, guckt, seht ihr, hat schon wieder funktioniert. Wunderbar. Und das ist halt der Heißgas-Tank. Der wird jetzt auf 30 Megapascal aufgepustet. Was dabei zu wissen ist, ist, dass der Utility-Chip auch versucht, die ganzen Tanks zu balancen. Das bedeutet, der Heat-Tank wird 30 Megapascal haben oder ein bisschen mehr, je nachdem. Er wird den Tank-Coolant genauso weit aufpusten, also auch auf 30 Megapascal. Und er wird den Wazegas-Tank zwar angucken, aber nichts damit machen. Und jetzt passiert nämlich Folgendes, und das ist der Grund, warum viele Leute auch explodieren mit der Elmo-Firness. Der Wazegas-Tank hat keine Überwachung. Bedeutet also, wenn ihr die Anlage lange im Betrieb habt und viel macht, dann kann es sein, dass der Wazegas-Tank irgendwann explodiert, weil der Druck dort drin hoch wird. Und was ihr dann machen müsst, ist, ihr müsst euch ein System entwickeln, womit ihr diesen Tank entlüften könnt. Das Ganze geht aber auch mit dem Elmo-System. Hier unten gibt es nämlich irgendwo, hier genau, da haben wir es. Der Oxygen-Controller kann über diesen Pin, VPA wie Release, kann der den Druck des Systems hier steuern. Das heißt, ihr könntet jetzt hier einen Egg-Defend anbauen oder eine Volumenpumpe an den Wazegas-Tank. Und die schließt ihr dann hier unten an, an VPA wie Release. Und dann lässt er den Druck, der im Wazegas-Tank ist, der zu groß ist, den lässt er dann ab. Man könnte den sogar hier rüberführen auf den Coolant-Tank. Und wenn ihr an dem Coolant-Tank hier noch entsprechende Radiatoren dran baut, dann könnte er sogar das übrig gebliebene Wazegas, was zu viel ist, hier reinpumpen und das abkühlen. Wäre so auch möglich. So, jetzt muss ich mal einen Schluck Kaffee trinken. Ich habe nämlich ein Stück Wolle im Mund gerade. Meine Stimme noch ein bisschen ölen. So, und was wir jetzt noch brauchen, ist eine Library. Das heißt, wir müssen ja versuchen oder dem Ofen sagen, was wir machen wollen. Was wollen wir eigentlich schmelzen? Ja, und dementsprechend werden wir jetzt hier die Library benutzen. Wir haben die ja schon mal einmal angeschaltet und jetzt haben wir hier die entsprechenden Schrauben. In dem Fall, Furness, brauchen wir nicht drüber reden, ist die Advanced Furness. LB Next, das ist der Knopf für Next, also für das nächste Rezept. In dem Fall, Button vor. LB Previous ist in dem Fall der Button für zurück. LM Order ist dieser Chip. Den kennen wir ja schon. Den können wir also hier dann einfach raussuchen. Gucken wir mal, wo das LM... Ach, da war ich schon. LM Order, Hammer, ist der Chip. Dann haben wir hier LMSP Temperature. Auch den kennen wir schon. Das ist der Logic Memory für Druck und Temperatur. Das heißt, wir müssen den jetzt auch wieder auswählen. Gucken wir mal bei L. LM Temperature und das ist dann LM Pressure. Auch den kennen wir, haben wir ja schon benutzt. So, und wie gesagt, das Ganze funktioniert nämlich nicht, wenn ihr hier keine Werte drin habt. Hier nochmal 10.000 und 1.000 und dann ist das schick. So, als nächstes gehen wir hier vorne zum Mush Splay. Okay, schalten das mal an und wählen dann mit der Batterie an der Seite drin, äh, mit der Diskette an der Seite drin natürlich und wählen uns hier die Library aus. Ja, wir suchen also jetzt mal hier, wo die Library ist. Suchen wir uns jetzt mal. IC Library suchen wir. Oxygen Controller, Furnace Controller. Library. Da ist die Library. Und jetzt ziehen wir die Diskette wieder raus. Ne, können wir nicht, weil wir haben irgendwas in der Hand hier. Äh, und jetzt sehen wir nichts. Warum nicht? Warum sehen wir nichts? Naja, weil der Chip ist noch nicht angeschaltet. Wir müssen den Chip also noch anschalten. Das machen wir jetzt noch. Und jetzt geht's los. Wir sehen was. Und ihr seht auch schon, dass der Ofen irgendwas macht. Und ihr habt's nicht gesehen. Es ging zu schnell. Der Ofen hat sich jetzt auf Stahl eingestellt. Und zwar super cool, wie ihr sehen könnt. Pressure 10 Megapaskal. Temperatur 1000 Kelvin. Und wenn wir jetzt die, ähm, die Rezepte wechseln, dann achtet mal hier auf das Ding hier. Pass mal auf. Wir wechseln mal auf Astrology. Und jetzt seht ihr, was passiert. Der Ofen knallt los und stellt sich entsprechend auf Astrology ein. Wir gucken mal. Oh. Wir gucken mal, was wir dafür brauchen. Astrology. Gucken wir mal. Ziehen wir mal hier ein bisschen rüber. Machen das mal ein bisschen durchsichtig. Wir brauchen. Naja, 30 bis 40 Megapaskal und 1000 bis 100.000 Kelvin. Und wir sehen langsam, aber sicher bollert sich der Ofen hoch. Und wenn ihr merkt, dass er eben noch nicht, dass er noch langsam ist, da liegt es daran, dass er noch nicht viele Gase hat. Das zeige ich euch gleich. Ja, aber in dem Fall seht ihr, der Ofen hat sich jetzt eingestellt. Auf 31 Megapaskal und 30 bis 40 brauchen wir. Und er hat sich auf 1,2 Kilo Kelvin eingestellt. Und wir brauchen ja 1 bis 100.000 Kilo Kelvin. Also von daher hat das funktioniert. Und wenn wir jetzt mal den großen, fiesen Jungen hier starten, nämlich Waspeloid. Okay, dann gucken wir mal, was passiert. Bei Waspeloid wissen ja die meisten von euch schon, da brauchen wir richtig viel Druck. Ja. Gucken wir uns mal an hier. So, gucken wir hier. So, Waspeloid. Und da sehen wir, der Ofen braucht jetzt eine Weile, um auf diesen Druck zu kommen. Und jetzt ist die Frage, in den Videos, die ich immer so gesehen habe, da war das super schnell. Und warum ist das jetzt langsam? Ja, das ist langsam, weil, zeige ich euch, ich wundere, das ist normal, ja. Es ist langsam, weil ihr hier noch nicht genug Gas drin habt. Ja, ihr müsst also warten, bis ihr wirklich genug Gas habt. Wir haben 4 Megapaskal, das ist nicht viel. Wir haben hier 2 Megapaskal, das ist auch nicht viel. Und Coolend haben wir so gut wie gar nichts mehr. Das seht ihr da gerade. Und dementsprechend dauert das jetzt ein bisschen. Wenn ihr das Ganze in Betrieb etwas länger habt, oder länger in Betrieb habt, dann werdet ihr sehen, dass das Ganze schneller geht. Ja, also wenn die Tanks nachher aufgepustet sind, auf mehrere Megapaskal da hinten, Coolend, Waste und Heat, dann werdet ihr sehen, dass das Ganze wunderbar und schnell funktionieren wird. Ja, jetzt ist das am Anfang immer ein bisschen schwierig. Wir gucken mal, was brauchen wir. Wir brauchen 50 bis 100 Megapaskal und 400 bis 800 Kelvin. Die 800 Kelvin haben wir schon fast erreicht. Also da drunter, ich denke mal, wird es auf 700 Kelvin runterfahren. Und der Druck wird jetzt immer weiter aufgebaut, bis wir bei 51 Megapaskal sind. Das ist nämlich eingestellt. Also ihr seht, am Anfang braucht der Ofen ein bisschen. Aber wenn er dann genug Gase hat, dann läuft er eigentlich auch super smooth, wie ich finde. Also der wird jetzt, wie gesagt, auf 51 Megapaskal fahren und reguliert jetzt langsam die Temperatur. Auch mit der Temperaturregelung ist es ein bisschen schwierig am Anfang, weil natürlich ihr wenig Kühlgas habt und wenig Wastegas habt. Deswegen kann der hier nicht so richtig schnell reagieren. Aber ihr werdet sehen, je mehr ihr damit arbeitet, je mehr ihr damit schmelzt, desto mehr Gase werden ja auch erzeugt. Und dementsprechend könnt ihr dann auch rucki zucki damit loslegen mit dem Ofen. Ihr könntet ja jetzt damit schon loslegen. Das wäre ja schon in Ordnung. Und wir sehen, also wie gesagt, bei 51 Megapaskal, da will er jetzt hin, der Ofen. Normalerweise wäre das in drei Sekunden erreicht, wenn eure Tanks voll sind. Ihr müsst also jetzt schmelzen, schmelzen, schmelzen. Dadurch werden Gase erzeugt, die dann als Puffer dienen und dann funktioniert das Ganze auch. Aber wie gesagt, damit könntet ihr jetzt schon schmelzen. Das wäre jetzt schon möglich. Ihr seid schon innerhalb der vorgegebenen Temperaturen und Drücke, die ihr benötigt, um was für Leute zu schmelzen. Gucken wir mal, der pumpt noch ein bisschen auf. 93, der braucht noch ein bisschen. Ah ja, das funktioniert schon. Wir können mal wieder runtergehen auf Konstantan. Und da sehen wir, jetzt wird der Druck natürlich wahnsinnig abgelassen. Ist ja klar, wir machen das ja mal weg. Und wir gucken mal, was hier in den Tanks passiert ist. Schauen wir mal hier rein. Ja, hier wird jetzt fleißig wieder Gas erzeugt. Und hier pumpt der sich jetzt gerade auf. Ist ja klar, weil da Gase entnommen werden aus der Dark Furnace. Und der hier ist natürlich leer, das seht ihr, weil wir gerade die Kühlgase brauchten. Wir könnten jetzt hier natürlich noch mehrere Eckdefence dazu machen. Oder halt wie gesagt einen großen Tank, der da in der Nacht das kalte Gas holt und dann über eine Volumenpumpe aus diesem Hauptkühltank diesen Tank befüllen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was ihr auch noch machen könnt, ist überprüfen, was ich gerade gemacht habe. Dass ihr hier mal hinguckt, dass hier auch die Liter schön groß sind. Ihr seht, der steuert das automatisch. Ja, er stellt automatisch die Liter ein. Ja, und damit wird der Tank dann im Prinzip mit heißen Gasen befeuert. Und der Ofen hat sich jetzt auch schon eingestellt. Man hört es auch. 21 Megapascal. Wir gucken mal bei Konstantan. Also es ist wirklich easy. Ja, so Konstantan, das brauchen wir 20 bis 100 Megapascal. Wir haben 21 und wir brauchen 1 bis 10.000 Kelvin und wir haben 1,1.000 Kelvin. Ja, also ihr seht easy, 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 peasy. Und wenn ihr das Ganze nach diesem System aufbaut, dann werdet ihr sehen, dass die Furnace wunderbar funktioniert. Ihr dürft am Anfang halt nicht den Fehler machen, den ich da auch gemacht habe, dass ihr, wenn die Furnace aufgeheizt ist mit dem ersten initialen Eisen und ihr dann hier die Tür zumacht, dann müsst ihr vorher drauf aufpassen, dass hier die Hähne zu sind. Ja, die müsst ihr dann von Hand zudrehen beim initialen Anheizen, damit euch das nicht passiert, was mir vorhin passiert ist am Anfang. Aber dann habt ihr da eigentlich auch keine Probleme damit. Wenn wir uns mal den Hot Oxygen Tank angucken, der ist bei 321 Grad, bei 2 Megapascal und wir sind laut dem Oxygen Controller 213 Grad über der Zündtemperatur. Das heißt, euer Wasserstoff dürfte theoretisch 200, also Kelvin, nicht Grad, 213 oder sagen wir mal 212 Kelvin kälter sein, als er jetzt ist. Also theoretisch auf dem Papier müsste der halt auch bei Minusgraden funktionieren. Wenn ihr es natürlich schafft, den Sauerstoff die ganze Zeit auf dieser Temperatur zu halten, wenn ihr natürlich es nicht schafft, den Sauerstoff so hoch zu heizen, was eigentlich Blödsinn ist, weil dieses System sorgt dafür, dass der so heiß wird. Wenn das nicht so heiß werden würde, dann dürfte euer Wasserstoff halt nicht so kalt sein. Aber so müsste der eigentlich auch im gekühlten Zustand funktionieren. Aber ich habe halt bei verschiedenen Leuten schon gehört, dass ihr System nicht funktioniert hat und als der Wasserstoff dann heißer war oder wärmer war, als Minus 100 Grad oder so, dann hat es plötzlich funktioniert. Also gut, das war der Aufbau der Elmo-Furnace. Viele haben immer gefragt, wir sollen das mal live machen, wir sollen das nochmal alles zusammenfassen, worauf ist zu achten, welche Pumpe muss wo dran. Dann, das habe ich euch ja gesagt und für euch ist nochmal als Tipp wichtig, wenn ihr die entsprechenden Chips einschaltet und beschriftet und ihr nicht wisst, was wo dran muss, dann überlegt euch, wo ihr gerade dran arbeitet. In dem Fall, mal kurz zusammengefasst zum Ende nochmal, beim Oxygen-Controller, da ist völlig klar, der Oxygen-Controller besteht aus eurem Zulauftank, da kommt euer Sauerstoff her. Er besteht aus dieser Pumpe, diesem Hotcast-Tank und diesen beiden Active Vans. Weiterhin muss der Oxygen-Controller, um zu wissen, wie heiß er den Sauerstoff machen muss, Daten haben von eurem Wasserstoff-Tank. Das heißt, er muss wissen, wie heiß ist der Wasserstoff eigentlich. Und das Ganze schließt ihr hier an. Wir gehen jetzt nochmal durch. Das ist der PAT-Hydrogen, das ist da hinten der Pipe-Analyzer für Wasserstoff. Wir haben den Active Vent Inner Furnace 1, den Active Vent Inner Furnace 2. Das sind die beiden da oben. Dann haben wir PAT-Oxygen, das ist der Heißgas-Sauerstoff-Tank, das ist nicht der Zulauf-Sauerstoff-Tank, nein, 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 denn wir sind beim Sauerstoff-Heizen. Und da brauchen wir beim Sauerstoff-Tank sozusagen den heißen Sauerstoff-Tank. Dann haben wir VPA-Fill, das ist die Füllpumpe für den Sauerstoff. Das ist die da hinten, die ist das hier, VPA-Fill. Und wir brauchen das Release, das wäre dann das, was hier die Gase entlässt an die Umgebung, wenn die Drücke zu hoch werden. Ja, beim Ignition-Controller ist das genau gleich. Ihr habt den Ignition-Controller, das hier ist die Ignition-Geschichte, die Explosionskammer. Und da wird also nicht die Volumenpumpe vom Ofen dran sein. Also, wisst ihr schon, wenn ihr hier auf den Ignition-Controller guckt, VP Hydrogen, Volumenpumpe Hydrogen, welche soll das denn sein? Naja, wie viele Volumenpumpen für Wasserstoff haben wir denn? Das ist nur die hier. Also ist das die. Weil das geht um den Ignition-Controller, dementsprechend muss es ja diese Pumpe sein, da kommt nämlich der Wasserstoff her. Seht ihr ja hier. Und so könnt ihr euch durchfuchsen und könnt entsprechend die ganzen Sachen anschließen an den Ofen, die ihr benötigt und dann auch zu wissen, was wo dran muss. Ja, weil manchmal ist die Frage, VP A-Fill hier zum Beispiel, VP Heat-Fill. Das ist immer so der Punkt, warum die meisten Fernesses nicht funktionieren, weil die Leute nicht wissen, was VP Heat-Fill sein soll. Wenn wir aber auf den Chip gucken, wissen wir, das ist der Utility-Chip. Und wenn ihr wisst, das was ich euch gesagt habe, dass das Utility-Chip oder der Utility-Chip sich um die Drücke und alles mögliche kümmert, dann ist klar, dass das diese Pumpe sein muss. Denn die sorgt dafür, wie viel Druck in diesem Tank entsteht. Also ist klar, dass die VPA Heat-Fill-Pumpe, muss die am anderen Ende des Igniters sein. Also Zündhilfe. Also muss das die sein, wo ich jetzt hier gerade drauf gucke, die. Weil wir erwarten ja hier 30 Megapaskal oder die wollen wir da ja hin haben. Also ist das die entsprechende Pumpe. Wichtig auch noch zu sagen, vergesst nicht die Werte hier drin einzutragen. Und vergesst auch nicht, bei LM Order schon mal irgendeinen Wert einzutragen. Dass da jetzt zum Beispiel 0 draufsteht oder irgendwas anderes oder hier jetzt andere Werte drinstehen. Ich habe ja gesagt 10.000 und 1.000. Das liegt einfach daran, dass jetzt die Furnace schon läuft. Und deswegen sind hier schon andere Werte drin. In dem Fall seht ihr hier 21.000 und 1.100. Das sind nicht die Werte, die wir eingetragen haben. Nein, das hat die Furnace jetzt natürlich angepasst, weil sie ja jetzt entsprechend die Drücke und Temperaturen hier fahren will. Ja, was zum Verbrauch. Die Furnace verbraucht im Großteil nicht wirklich viel. Also die brauchen mehr Sauerstoff, als sie Wasserstoff braucht. Ihr seht ja hier, am Wasserstoff ist so gut wie gar nichts passiert. Am Sauerstoff passiert schon ein bisschen mehr, also schon ein bisschen mehr rausgeht. Liegt aber auch daran, dass ich vorhin ein bisschen Sauerstoff gewastet habe. Also quasi eine Umwelt hinterlassen habe, anstatt das alles richtig zu zeigen. Ja, beim Betrieb ist auch noch wichtig, dass die Igniter beide an sind. Ja, also Igniter sei schon die Pipe-Analyser, die bitte anschalten, damit das auch funktioniert. Dreht alle Volumenpumpen, die ihr setzt, auf 0 und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat soweit geklappt und ihr habt alles verstanden. Wenn noch Fragen sind, schreibt es in die Kommentare. Aber ich denke, jetzt sollte das einigen Leuten klar sein, wie man das Ganze aufbaut und worauf man achten muss. Ja, hat gedauert, 1 Stunde 21. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Euer Chris.